Hab ich mich schon den ganzen Tag gefreut. So, juhu. Oh, es ist kalt. Na, jetzt bin ich gut vorbereitet für eine gute Nachtgeschichte. Ihr auch? Na, dann kann es ja wirklich jetzt losgehen. Viel Spaß und ganz kühle Träume. Hey, hallo. Oh, heute war es total warm hier. Boah, ich bin richtig geschafft. Ich mag es ja eigentlich, wenn es so richtig schön warm ist. Aber diese Hitze, oh, da fühle ich mich fast genauso schlapp wie unsere Blümchen hier. Die standen den ganzen Nachmittag in der prallen Sonne. Am liebsten würde ich mich jetzt auch mit der Gießkanne ein bisschen abkühlen. Aber besser noch wäre eigentlich ein kühles Fußbad. Ha, das ist eine tolle Idee. Aber zuerst sind eure Bilder dran. Und da sehe ich heute das Bild von Elli Ruth. Die ist sieben Jahre alt und kommt aus Weimar. Und hier hoppelt gerade ein Hase. Hallo, lieber Stern. Ui, was bringst denn du uns da? Oh, eine Bastelei. Danke, tschüss. Das ist ja niedlich. Mama Frosch, Papa Frosch, Arvid Frosch. Arvid ist vier Jahre alt und kommt aus Hannover und hat uns diesen tollen Froschteich hier gebastelt. Quark, quark, quark. Arvid, super Idee. Vielen Dank. Und für dich gibt es ein Geschenk aus unserer Schatzkiste. Oh, du bekommst dieses tolle Kuschelkissen. Gute Reise steht drauf. Von Paddington Bear. Und damit wünsche ich dir dann ganz viel Spaß beim Kuscheln. Ha, herrlich. Genau auf diese Abkühlung habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. So. Juhu. Oh, es ist kalt. Oh, na jetzt bin ich gut vorbereitet für eine gute Nachtgeschichte. Ihr auch? Na dann kann es ja wirklich jetzt losgehen. Viel Spaß und ganz kühle Träume. Oh, na jetzt bin ich gut vorbereitet für eine gute Nachtgeschichte. Ihr auch? Na dann kann es ja wirklich jetzt losgehen. Viel Spaß und ganz kühle Träume. Oh, na jetzt bin ich gut vorbereitet für eine gute Nachtgeschichte. Oh, na dann bin ich gut vorbereitet für eine gute Nachtgeschichte. Ja.